Ja, dann ist da halt eben noch ein dritter Punkt, auf den ich zu sprechen kommen wollte und zwar ist es halt eben diese neue Partei, die sich Widerstand 2020 nennt, über die man alles mögliche hört, wie zum Beispiel, dass der... Ich leite das mal ein wenig anders ein, unabhängig zu dem, was man da gerade alles drüber lesen kann, war von Anfang an meine persönliche Empfindung dazu, das ist jetzt kein... Also das ist ein Fakt, dass das meine persönliche Empfindung war, aber das sagt ansonsten nichts weiter über die Partei aus. Aber meine Reaktion darauf war, oh bitte nicht noch eine Partei. Ich habe gerade, habe ich ein Video gemacht, in dem ich gucke, die Politik gänzlich loszuwerden und da trete ich bestimmt nicht jetzt irgendwie noch eine Partei ein, die dann auch noch Widerstand 2020 heißt und ich überhaupt nichts von Widerstand halte, weil Druck immer nur da ausgeübt werden kann, wo er auf Widerstand trifft. Beim Gehorsam braucht das gar nicht, beim Gehorsam, das ist... Aber wo dann Widerstand kommt, da gibt es dann, da knallt es dann immer auch noch und da habe ich keinen Bock drauf, sorry. Genauso wie ich halt eben auch kein Freund von Revolutionen bin, weil ich nun mal eben in der Vergangenheit über Revolutionen auch nichts weiter gelernt habe, als dass die immer nur weitere andere Spinner als Obrigkeiten installiert haben. Habe ich auch keinen Bock drauf, ist nicht mein Ding. Und ich habe auch keine Lust zu versuchen, in der Politik die Politik platt zu machen, wenn ich weiß, dass wir die einfach nur ignorieren müssen. 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 Dann trete ich nicht irgendeiner Partei bei. Das hat sich für mich einfach überhaupt nicht stimmig angefühlt. Das ganze Paket nicht. So und dann kommen, dann werden jetzt natürlich wieder Sachen rumgeschüttet. Es wird direkt ein Politikum. Dann habe ich da irgendwie, jetzt habe ich da zehn Punkte. Also was, ich kann jetzt mal einfach zusammenfassen. Ich habe jetzt über die Partei Folgendes mitbekommen, ja. Nichts davon ist meine Meinung. Der Gründer ist ein Ultralinker. Alle Mitglieder sind aber von der AfD und der CDU. Dann wird, da muss man sich mal irgendeine Firma angucken. Die haben so gleich die gleiche Telefonnummer und bla bla. Und dann wird das versucht, über diese Firmen direkt zu ziehen. Und auf dem letzter Punkt steht, aber Ultralinksextremismus. Wo ich mir denke, da wollt ihr mich jetzt verarschen? So lest ihr eigentlich selber, was ihr da weiterpostet? Jetzt wollt ihr den Leuten erzählen, dass die CDU und die AfD Ultralinks sind? Bisher hat es genau das Gegenteil. Also das ist alles total widersprüchlich. Da muss man doch auffallen, wenn man sowas postet. Das ist Propaganda. So und man braucht kein Propagandaminister zu sein, um Propaganda zu machen. Es reicht, solche Sachen einfach weiter zu posten. Dann macht man gerade Propaganda. Vor allen Dingen, wenn man sich irgendwie politisch äußert und wenn man am besten noch sich über eine andere Partei äußert, dann macht man gerade Propaganda. So und das, was ich über die eine Partei gerade sage, sage ich über jede andere auch. Deswegen mache ich keine Propaganda. Doch ich mache Propaganda gegen die Politik. Vor allen Dingen gegen diese. Und das Recht lasse ich mir auch nicht nehmen, weil ich die Scheiße finde. So einfach ist das begründet. Jetzt, ne, da Atro X Noctem schreibt, aber wird die neue Partei nicht von Gates finanziert? Habe ich auch gehört. War auch noch ein Punkt. Und jetzt in diesem Moment ja sogar nochmal. Aber ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich kann es nicht sagen. Es ist mir auch egal. Ich trete nicht bei und deswegen braucht mich das nicht zu interessieren. Weil ich alle Parteien scheiße finde. Weil ich sehe, dass sie alle Teil der Politik sind. Und ich Politik einfach so, wie ich sie in meinem ganzen Leben kennengelernt habe, einfach scheiße finde. So scheiße. Zeit, deine eigene Partei zu gründen. PDS, nee, eben genau nicht. Also, ne, das, keine Ahnung. Ich brauche keine Partei. Ich kann Partei für mich selber ergreifen. Das ist meine Partei. Und die wünsche ich jedem anderen auch. Dass die Leute endlich mal wieder Partei für sich selber ergreifen können. Dann ist auch das Wort Partei wieder sinnvoll eingesetzt. Weil da kommt das ursprünglich ja mal her. Partei, dass eine Partei sich dadurch definiert, weil sie Partei für etwas Bestimmtes ergreift. Und vielleicht halt auch gegen etwas anderes. Aber dann ist die Partei auf einmal ein Konstrukt, dass da so steht, dann geht es auf einmal um die Partei. Das ist total, das ist kacke. Das ist scheiße. Das hilft uns nicht. Also sollten wir das da wieder rausnehmen und auch das wieder auf uns beziehen. Das wird uns bei der Selbstfindung und beim Selbstvertrauen auch sehr helfen. Wie der Partei für uns zu ergreifen und nicht für irgendeinen Widerstand 2020. Für uns. Für uns. Für uns. Das kann doch nicht so schwer sein. Wir ergreifen die ganze Zeit Partei. Wir sind Meister darin, Partei zu ergreifen. Nur nicht für uns selber. Und zu sagen, hey, ich möchte bitte gerne die Sachen so sehen und ich möchte mein Leben so leben, wie ich das möchte. Bitte fuck off. Wenn du ein Problem damit hast, lass mich in Ruhe. Bitte. Und das nicht als Bitte. Wir sagen das Bitte, weil es nett ist, aber das ist eigentlich keine Bitte. Sondern das ist eine klare Ansage. Zu Risiken und Nebenwirkungen vergessen Sie die Packungsbeilage und lesen Sie die Bücher 2020 Die Neue Erde oder die Anastasia-Reihe. Vergessen Sie nicht, Ihrem Arzt oder Apotheker auch davon zu erzählen.